Also mir hat mein Name immer sehr gut gefallen und dass- ich mir irgendwie so dieses Hnnnah. Und in meinem Leben einfach mal wirklich schauen, dass ich in meinem Leben dieses HnnnH dass das, dass das eine... eine Aufgabe in meinem Leben war, dass ich es richtig zum Ausierenden habe. Weil wenn die Trungpaer eigentlich anders ging, hab ich mehr reingeometed als ausgearbeitet. Ich habe immer mehr aufgenommen, wenn man sich von mir gedrückt hat. Aber es geht natürlich nicht davon. Später dann. Und auch da waren wir immer noch schöner. Der Name. Und das ist, dass es immer noch hinter dem Römer ist, dass er sich ausfühlt in so Römer. Und dafür ist dann wieder gemerkt, wow, ich habe kein anderes, dass die Klinge, meine Zähne, auch zu klingen. Aber Menschen erzählen, wenn man dann den eigenen Namen auch so oft schreibt und man oft hört. Und das war eine gute Klinge. Meine Mutter hat mich auf die Klinge genommen, meine Mama. Die war hier sehr gut, ich habe das nicht gemacht. Das war der Klinge, war 43. Das war ja noch einmal eine andere Zähne. Er war natürlich dann bei einer sehr sicheren Sinne, dass er mich dann ausgerechnet hat. Hannah, ein Name, der mich später einweichen, als er mit dem Traum hatte. Vielleicht gedacht haben, vielleicht ist sie auch hier unten. Oft ist mir der Name zurückgekommen mit einer Frau, wieder am Ende. Das ist ja schon von der Schreibung so schön. So, so war es aber nicht. Aber das fand ich doch sehr gut, dass sie damals in der Zeit mich Hannah gewundert hat. Meine Mutter hat die Hose entwürfen. Ach, der Kanzler, die Hannah, die war so schön. Aber das alles war mit mir. Jedenfalls genau das wie du dich hättest. Schreibung.